Wenn man sich jetzt selbstständig machen möchte, dann ist immer unglaublich wichtig erstmal herauszufinden, hey, was will ich denn überhaupt verkaufen? Wie will ich überhaupt Geld verdienen? Das ist ja eigentlich die erste Frage, die man sich stellen sollte. Tatsächlich, was wir sehen, ist so, dass die meisten Leute erstmal hingehen und sagen, ich suche ein bestimmtes Geschäftsmodell, ich entscheide mich erstmal nach dem Modell. Dabei ist eigentlich jedes Unternehmen entscheidet der Erfolg vor allem über das Produkt, was verkauft wird. Und manchmal ist es sinnvoller, erstmal das Produkt zu haben und dann überhaupt zu überlegen, wie verkaufe ich das am besten. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen, denn es gibt eine ganz bestimmte Kategorie, eine ganz bestimmte Art von Produkten, die sich sehr lohnen zu verkaufen. Ganz egal, ob du das später auf Amazon machen möchtest, in einem Shop machen möchtest, vielleicht im Einzelhandel das machen möchtest oder vielleicht sogar ein eigenes Geschäft aufmachen willst. Denn letztendlich ist das alles möglich. Das ist das Wunderschöne, diese Möglichkeiten, die wir heute haben, durch das Internet, aber auch dadurch, dass es einfach ist, eigene Produkte zu verkaufen. Also ich sage ja immer, ich stehe immer dafür, mach eigene Produkte, weil dann hast du später die Freiheit, die überall zu vertreiben. Wenn ich zum Beispiel bin, alle Leute sagen mir, Niklas, du bist abhängig von Amazon. Bin ich nicht. Ich kann meine Produkte auch auf dem Shop verkaufen. Ich kann meine Produkte auch im Einzelhandel reinbringen. Ich kann meine Produkte an ganz vielen verschiedenen Orten verkaufen. Ich entscheide selbst, wo meine Produkte verkauft werden. Und das kannst du auch als selbstständiger Unternehmer, wenn du eigene Produkte hast. So, jetzt ist diese elementare Frage. Was, wie will ich überhaupt Geld verdienen? Die wenigsten Leute stellen sich diese Frage jemals. Das ist die wichtigste Frage, wenn du dich selbstständig machen möchtest. Was will ich verkaufen? Egal welches Unternehmen du kennst, es verkauft etwas. Jedes Unternehmen verkauft etwas. Und es ist jetzt noch die Frage, verkaufe ich Gummistiefel, verkaufe ich Federbetten, verkaufe ich Supplements, verkaufe ich Autos, verkaufe ich whatever. Und diese Auswahl des Produktes ist elementar für den Beginn deiner Selbstständigkeit. Denn wenn du mal ein geiles Produkt hast, dann kannst du anfangen zu arbeiten. Dann kommt eigentlich erst wirklich das Interessante und dann kommt auch die Leidenschaft des Unternehmers raus. Der Grund, warum du dich eigentlich selbstständig machen möchtest. Denn, ich bin davon fest überzeugt, die meisten Leute, die es selbstständig machen wollen, haben vermeintliche Gründe dafür. Zum Beispiel, ich dachte damals, ich will finanziell frei sein. Ich will weniger arbeiten. Ich will mehr Zeit haben und ich will mehr Geld haben. Das waren meine Hauptantriebe. Jetzt, wenn ich zurückschaue, ist das Geilste am Unternehmertum, diese Sachen habe ich alle erreicht, ja. Aber das Geilste am Unternehmertum ist eigentlich meine Arbeit. So, das hätte ich mir damals gar nicht vorstellen können, weil ich gar nicht so, ich habe nie so einen Job gehabt, wo ich wirklich geliebt habe. Ich habe meinen Job immer gerne gemacht und ich habe den auch gut gemacht. Aber ich habe den nicht so wirklich aus voller Leidenschaft getan. Und mittlerweile als Unternehmer sage ich, hey, ich bin Vollblutunternehmer, das ist meine Leidenschaft und das ist das, was ich am meisten mag. Aber du kommst erst auf diese Ebene, wenn du mal ein Produkt hast und dich jetzt wirklich mal damit beschäftigst, wie bringe ich das an den Mann? Ja, also, wie und welche Produkte solltest du verkaufen? Was lohnt sich da extrem? Und die meisten Leute gehen viel zu zielgerichtet los. Die versuchen sozusagen sofort, so den Diamanten zu finden. Anstatt erstmal sich ein Gebiet rauszusuchen, wo die überhaupt suchen wollen nach Diamanten. Ja, oder zu gucken, hey, vielleicht kann ich auch Gold nehmen oder was ähnliches. Ich beschreibe das mal so. Die meisten Leute heutzutage gehen viel zu kalt an die Sache ran, weil es nur um Geld geht, nicht ums Produkt. Das ist völlig falsch. Das ist so, wenn du Influencer werden willst, ja, ganz kurz, wenn du Influencer werden willst, beispielsweise, ich kenne ein, zwei Leute aus dem Bereich, ich finde es immer super interessant, die haben immer aus Leidenschaft angefangen, sprich, die haben immer gesagt, hey, ich habe Lust darauf, Videos über dieses Thema zum Beispiel zu produzieren. Und dann haben die das angefangen und sind dann groß geworden. Ich kenne niemanden, der gesagt hat, ich will reich werden, deswegen werde ich Influencer und ich schaue mir jetzt an, über welches Thema ich Videos machen kann, um damit reich zu werden. Das ist nicht so sinnvoll, weil du, die Leute halten dann nicht lange durch. Also du merkst schon, dieses Video geht nicht nur in die fachliche Richtung, sondern auch sehr viel ins Thema Mindset, weil es einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich glaube, viele Leute da super, super weit von dem Erfolg sich selbst entfernen, obwohl sie eigentlich schon viel näher dran sein könnten. Also vergleich das mal damit, die meisten Leute gehen los und suchen direkt irgendwie so ein ganz klares Produkt. Die denken direkt darüber nach, ob sie, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt einen grünen Gummistiefel verkaufen sollen, ob sie so ein Vitamin C Supplement verkaufen sollen und so weiter und so fort. Das ist so, als würdest du in Urlaub fahren wollen und du würdest direkt nach dem Hotelzimmer suchen, bevor du dich überhaupt darauf festgelegt hast, wo du überhaupt hin willst. Willst du nach Spanien, willst du nach Italien, willst du auf die Malediven, willst du nach Bali, willst du in die USA, willst du nach Kanada, willst du nach Norwegen. Erstmal festlegen, wo will ich überhaupt hin und dann in dem Bereich suchen. Großer Mindset-Shift, by the way. Viele Leute, die jetzt vielleicht noch nie nach Produkten geschaut haben, checken jetzt gerade gar nicht, worum es geht, weil die sich denken, hey, das ist doch logisch, ich schaue mir erstmal einen Bereich an. Ich sage zum Beispiel, und das ist das, worauf ich jetzt hinauskommen möchte, ich schaue mir erstmal eine Zielgruppe an und schaue mir dann an, was will diese Zielgruppe. Das heißt, auf unsere Produkte übertragen, du schaust dir zum Beispiel Hobbygärtner an. Oder du schaust dir zum Beispiel Work and Traveler an. Oder du schaust dir zum Beispiel Heimwerker an. Oder du schaust dir zum Beispiel Fitnessleute an. Oder du schaust dir zum Beispiel Köche an. Oder du schaust dir zum Beispiel Outdoor-Leute an, die viel unterwegs sind. Camper zum Beispiel. Das ist eine Zielgruppe. Und das nimmst du erstmal für dich. So eine Zielgruppe, weil dann hast du schon mal einen Bereich. Du machst diesen riesigen Ozean an Millionen von Produkten, an Milliarden von Möglichkeiten, wo du den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst, grenzt du mal auf einen Bereich ein, der dich interessiert. Du kannst ja mal für dich überlegen, was ist denn so ein Bereich, der dich interessiert. Wo du dich vielleicht so ein bisschen darin auskennst. Du musst kein Experte darin sein. Du musst ja keine 20 Jahre, jetzt müssen nicht 20 Jahre Zelten gefahren sein, jedes Jahr 10 Mal, um dir den Bereich Outdoor zum Beispiel auszusuchen. Es reicht, wenn du sagst, hey, ich finde das interessant. Ich war vielleicht ein, zwei Mal unterwegs oder ich würde das gerne mal machen. Ich finde es einfach einen interessanten Bereich. So habe ich damals mich auch angefangen. Das ist ein ganz anderer Ansatz, den wir hier gerade verfolgen. Weil die meisten Leute im Internet erzählen immer diese Make-Money-Opportunity, dieses, hey, such danach, wo wird Geld, wo kannst du Geld verdienen. Aber schau erst mal, was interessiert dich. Denn ich kann dir garantieren, wenn dich etwas besonders interessiert, ein Bereich, dann wirst du nicht der Einzige sein damit. Und wenn es genug Leute gibt, dann wirst du auch immer Produkte drin geben. Und eins dieser Produkte mindestens wirst du sehr, sehr lukrativ und lohnenswert übers Internet verkaufen können. Also wenn wir jetzt mal sagen, wir bleiben jetzt mal bei diesem Outdoor-Bereich und du sagst, hey, das ist der Bereich, das ist meine Zielgruppe. Dann schaust du dir einfach mal an, was gibt es denn, was braucht diese Zielgruppe so, was macht diese Zielgruppe so, was braucht die so. Jetzt zum Beispiel jemand, der ist ein Camper. So, die gehen jetzt los, die fahren im Sommer zum Beispiel in Urlaub und fahren jetzt los. Was brauchen die alles für Produkte? Die brauchen ein Zelt, die brauchen eine Luftmatratze, die brauchen einen Schlafsack, die brauchen einen Campingkocher, die brauchen einen Campingstuhl, die brauchen einen Campingtisch. Die brauchen vielleicht eine Heizung oder einen Campinggrill oder Campingbesteck oder keine Ahnung, was es sonst noch so gibt. Oder ein Anti-Moskito irgendwas, Zeugs. Das heißt, du kannst erst mal eine Übersicht verschaffen, okay, welche Produkte gibt es denn in diesem Bereich? So, und jetzt siehst du auch schon, und das ist nämlich dieser andere Ansatz, du bekommst von Anfang an ein ganz anderes Bild. Denn wenn du jetzt sagst, von Anfang an, ohne darüber nachgedacht zu haben, oh, ich habe gesehen zum Beispiel, es gibt viele Umsätze bei Leuten, die Luftmatratzen verkaufen oder das Produkt wird oft verkauft. Dann denkst du darüber nach, okay, was kann ich da machen? Wenn du aber jetzt diesen gesamten Überblick hast, dann denkst du schon in einem anderen Format. Du denkst nämlich mehr im Sinne von, ich mache erst dieses Produkt, dann dieses Produkt, dann dieses Produkt, dann dieses Produkt. Alle großen Marken, alle großen Unternehmen haben meistens mehrere Produkte in einem Bereich. Zum Beispiel Apple. So, die haben jetzt gesagt, wir haben iPhone, natürlich machen die auch ein Tablet, natürlich machen die auch ein Laptop. Das sind mehrere Produkte in einem Bereich. Deswegen gibt es auch Leute, so wie mich, ich weiß nicht, wie viele Apple-Geräte hier gerade im Zimmer sind. Ich habe eine Maus, eine Tastatur, ein Laptop, ein iPad, zwei iPhones und Earpods. Alles aus einem Bereich. Super gut. Jetzt konnte Apple viel mehr Geld mit mir verdienen. Jetzt denkst du, ja gut, ich bin nicht Apple. Bist du auch nicht, wirst du wahrscheinlich auch nie sein. Ist auch nicht schlimm. Es sei denn, du willst halt mal mehrere Billionen Euro. Also nicht Millionen, nicht Milliarden, sondern Billionen. Dann musst du sowas aufbauen wie Apple. Da kann ich dir dann auch tatsächlich nicht mehr helfen. Das habe ich selbst noch nicht geschafft. Also, da muss man andere Leute fragen. Gibt nur eine ganz kleine Gruppe, glaube ich, an Leuten, die man da fragen kann. Aber das, was die machen vom Konzept, ist ja das, was alle Marken machen. Auch kleine Marken und alle Marken haben so angefangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, okay, was macht denn ein Adidas? Was macht zum Beispiel ein Campingauto? Jetzt muss ich mal überlegen, was es da gibt. Zum Beispiel ein Jack-Wolf-Skin. Ja, was machen die denn? Das sind jetzt kleinere Marken und darunter gibt es nochmal kleinere Marken und darunter gibt es nochmal kleinere Marken. Aber es ist kein Problem, sowas aufzubauen, wo du mal im Monat jetzt vielleicht keine 100 Millionen machst, aber wo du mal im Monat so zwischen 50.000 und 500.000 Euro Umsatz machst. Das ist als Unternehmer eine sehr gute Zahl, wenn du zwischen 50.000 und 500.000 Euro Umsatz machst. Das ist für dich vielleicht gerade unvorstellbar. Das ist im E-Commerce gut möglich. Innerhalb von einem relativ kurzen Zeitraum. Von ein, zwei, drei Jahren kann man das auf jeden Fall erreichen. Und in dem Bereich kannst du auch sehr gut Geld verdienen. Und dafür brauchst du aber meistens mehrere Produkte. Deswegen ist es sinnvoll, sich einen Bereich anzugucken, eine Zielgruppe anzugucken, erstmal in die Zielgruppe zu verstehen, was sie überhaupt wollen, bevor man das Produkt sucht. Und das ist eben ein Ansatz, der hilft vielen dabei, wirklich viel, viel, viel schneller ein zielgerichteter Produkt zu finden. Wir zum Beispiel bei uns in unseren Trainings und Coachings gehen von Anfang an einen ganz anderen Weg als dieses, hey komm, wir gehen erstmal in ein Tool rein und gucken. Irgendwie in so ein Tool wie Helium 10 oder so. Das kann man später alles nutzen zur Analyse und das hat auch Vorteile. Aber es ist ein ganz ununternehmerischer Gedanke. Und deswegen hören auch viele Leute auf, die sowas nicht machen, weil dann die Leidenschaft dafür wird gar nicht geboren. Und die Leidenschaft ist wichtig. Leidenschaft ist super wichtig. Das ist so, du kannst das selbst immer sehen in einem Job. Vielleicht hast du schon mal einen Beruf gehabt, der dich überhaupt nicht erfüllt hat. Warst du da eher gut oder schlecht drin? Und dann hast du vielleicht was gehabt, das hat dich super erfüllt. Warst du da eher gut oder schlecht drin? Oder denk zurück meinetwegen an die Schulzeit. Wenn du ein Lehrer hattest und ein Fach, wo du dich voll selbst für interessiert hast, warst du da eher besser oder schlechter? Und ein Fach, wo du dich überhaupt nicht für interessiert hast, was für dich todlangweilig war. Warst du da eher besser oder schlechter? Du warst wahrscheinlich immer besser in den Dingen, die dich interessiert haben, wo du Leidenschaft für hattest und schlechter in den Dingen, wo du es nicht hattest. Das ist ganz normal. Deswegen bitte, wenn du ein Unternehmen aufbaust, was dein Job sein soll, dann such dir was, was Leidenschaft ist, damit du auch gut drin werden kannst. Denn mit der richtigen Anleitung kannst du diese Unternehmer und Sachen, die dann dahinter kommen. Okay, welches Produkt jetzt genau wähle ich in diesem Bereich aus? Wie analysiere ich, dass das wirklich profitabel ist? Wie finde ich den Hersteller, Lieferanten dafür? Die Sachen werden dir dann super viel Spaß machen und die wirst du auch verstehen. Wir haben ja zum Beispiel die Anleitung. Wir geben ja Leuten diese Anleitung raus. Wir erarbeiten das ja gemeinsam mit unseren Leuten in unseren Trainings und Coachings. Aber das ist der essentielle Vorgang dahinter. Und das ist eine wichtige Botschaft, die ich einfach mal rausgeben möchte, weil die meisten Leute eben leider immer erzählen, guck nach Opportunity. Und Opportunity, wenn man nach Opportunity guckt, dann findet man immer Sachen, die einen gar nicht interessieren meistens. Und wenn einem die Sachen nicht interessieren, dann ist man so schlecht, dass selbst wenn eine theoretische Opportunity da ist, man am Ende schwächer da drin ist als in einem Markt. Und in jedem Markt ist Opportunity, wir sind im E-Commerce, es wächst um 30% im Jahr. Das ist total absurd, immer noch 30% Amazon. Amazon Umsatz, deutscher Marktplatz, wächst extrem stark weiterhin. Auch neulich irgendwelche Zeitungsberichte gesehen, Amazon macht keinen Gewinn. Das ist für uns Händler völlig egal. Mir ist das egal, wie viel Gewinn Amazon macht. Die haben seit 20 Jahren kaum Gewinn gemacht, das war noch nie deren Ziel. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass Amazon mehr Verluste macht, weil ich weiß, wo die Kohle hinfließt, in die Logistik dahinter. Die hat für mich langfristig extreme Vorteile als Amazon-Händler. Wir sehen jetzt zum Beispiel, Amazon transportiert jetzt schon unsere Ware von China nach Deutschland teilweise oder von der Türkei nach Deutschland, sind sie auch schon dran. Für die Hälfte des Preises vom normalen Markt. Da geht deren Geld rein. Und der Markt wächst einfach so stark, es gibt in jedem Markt fast Opportunity. Es gibt ein paar Sachen, da wirst du vielleicht eine Leidenschaft haben. Da sieht man, okay, da bist du sehr einsam mit deiner Leidenschaft. Das ist vielleicht schwierig. Aber die meisten Dinge sind, die meisten Bereiche, zum Beispiel sowas wie Camping Outdoor, das ist ein riesiger Bereich. Also da gibt es wahrscheinlich nochmal 5, 6 Unterbereiche. Kannst ja zum Beispiel dich auch fokussieren auf Leute, die jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs sind. Da sind aber ganz andere Produkte wahrscheinlich. Wahrscheinlich weniger Produkte, dafür etwas teurere Geschichten. Dann hast du vielleicht, was hatten wir vorhin noch als Beispiel, zum Beispiel sowas wie Hobbygärtner. Was gibt es da alles für Produkte? Was haben Hobbygärtner alles für Produkte? Oder jemanden, der einen Balkon einrichten möchte. Oder meinetwegen, du musst ja auch nicht in so eine spezifische Zielgruppe, du kannst auch in eine allgemeine Zielgruppe gehen. Zum Beispiel Einrichtung, Möbel. Und kannst dir dann in dem Bereich sagen, hey, ich möchte Leute ansprechen, die so auf diesem Vintage-Style stehen. Oder du bist im Sportbereich und du möchtest sozusagen zum Beispiel sagen, hey, ich spreche irgendwie sehr Extremsportler an. Oder ich spreche vielleicht Leute an, die abnehmen wollen eher. Und gucke dann, was brauchen die für Produkte. Oder ich möchte Leuten dabei helfen, gesünder zu leben. Dieser Gedankengang. Ich möchte Leuten helfen, gesünder zu leben. Und ich gucke mal im Internet, wo viele Produkte verkauft werden. Oh, das ist hier irgendein Supplement, das will ich auch verkaufen. Der eine hat eine Chance, erfolgreich zu werden, eine sehr hohe. Und der andere wird es wahrscheinlich nicht machen. Also, schau, dass du dich für einen Bereich entscheidest. Und schau dann, und das ist dann der größere Task, wenn du das getan hast. Das ist eigentlich relativ einfach, sich für so einen Bereich zu entscheiden, welches Produkt du konkret in diesem Bereich verkaufen möchtest. Wir können dir dabei helfen, wenn du da Interesse dran hast. Wir haben diese kompletten Strategien. Wir haben diese Denkweisen. Wir haben bei uns im Training zum Beispiel Mindset-Themen drin, zum Business direkt. Womit wir automatisch sozusagen dein Mindset so programmieren, dass es dir viel einfacher fällt, Produkte zu finden. Ohne jetzt eine bestimmte Technik, die wir dir natürlich auch an die Hand geben. Aber ohne die Technik selbst fällt es dir viel einfacher, weil du denkst wie ein Unternehmer. Du fängst an zu denken wie jemand, der das schon 100, 200 Mal gemacht hat. Und das ist eine sehr, sehr, sehr geniale Sache. Also, wenn du dich dafür interessierst, wirklich dein Business aufzubauen, geile Produkte finden möchtest, nicht irgendeinen willkürlichen Billigschrott irgendwoher zu importieren oder gar Fremdprodukte zu verkaufen, dann sollten wir unbedingt mal quatschen. Also, du kannst dich gerne mal bei uns melden. Natürlich nur, wenn du Interesse daran hast und ernsthaft Interesse daran hast und auch bereit bist, in dich und dein Business zu investieren, sonst können wir dir auch nicht helfen. Aber wenn das wirklich interessant ist, dann melde dich, dann lass uns mal quatschen. Und ansonsten hoffe ich natürlich, das Video hat euch gefallen. Das ist ein sehr geiler Input gewesen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn ihr Fragen habt, auch gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich auf jeden Fall jedem einzelnen Zuschauer hier ganz viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Macht's gut und ciao.